Hat Ihre akustische Gitarre einen eingebauten Tonabnehmer? Viele der heutigen elektroakustischen Modelle haben entweder einen Pickup, einen Transducer oder ein Mikrofon eingebaut. Dieses bietet eine andere Möglichkeit, die akustische Gitarre aufzunehmen. Sehen wir uns das genauer an. Wenn wir den Tonabnehmer in eine DI-Box einstecken, können Sie den Sound der Gitarre direkt aufnehmen, ohne dass Sie irgendwelche Mikros benötigen. Das Problem ist, dass der direkte Sound normalerweise nicht besser klingt als ein Mikro. Tatsächlich sollte jeder interne akustische Tonabnehmer mit einem Mikrofon kombiniert werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Selbst die besten internen Systeme können das volle natürliche Spektrum einer akustischen Gitarre nicht reproduzieren. Eine Kombination aus einem internen Pickup und einem Mikrofon bietet auch mehr Möglichkeiten, wenn es ans Mischen geht. Wie Sie sehen und hören können, ist die direkte Abnahme einer akustischen Gitarre mit einem Pickup zwar bequem, klingt aber nie so gut wie mit dem Mikro. Wenn Sie jedoch beides kombinieren, können Sie einen akustischen Gitarrensound einfangen, der viel besser als die Summe seiner Teile klingt. Gitarrensound Gitarrensound